Die Ruine der Burg Wissenburg befindet sich westlich von Schäveni Kostelek im Okrestrutenhof in Tschechien. Geschichte Über einer bewaldeten Landzunge oberhalb der Aupäe befindet sich die Ruine der Burg Wissenburg, die 1279 vom ostböhmischen adeligen Tars von Wiesenburg oder schon von dessen Vater Peter von Skalitz erbaut wurde. Es wird vermutet, dass auf diesen auch die naheliegenden Burgen Reisburg und Savenahura zurückgehen. Alle drei Burgen liegen im Aupatal und dienten durch ihre Grenznähe gegenüber Schlesien ursprünglich der Landesverteidigung Böhmens. Ab 1309 gehörte die Festung dem Ritter Milotow von Nettluck nach 1323 Ernst von Hostin, dem Vater des ersten Prager Erzbischofs Ernst von Padubitz. Anos Z. Hostin gehörte auch das acht Kilometer südöstlich gelegene Hostin. Zwischen 1325 und 1332 tauschte er die Herrschaft Wissenburg mit den Brüdern Hünig Hatschmann und Hünig C.R.H.A. von Dub gegen die Herrschaft Padubitz. Sie erwarben auch die Herrschaft Großskalitz und Hohenbruck und besaßen die Besitzungen zunächst gemeinschaftlich. Nach der Teilung von 1336 gehörte Wissenburg dem Hünig C.R.H.A. von Dub, von dem sie an dessen Sohn Hünar Cech überging. Er vererbte sie seinem ältesten Sohn Johann von Dub und Neichroth, dessen Sohn Georg von Dub und Wiesenburg nahm während der Hussitenkriege an der Seite des Königs Sigismund an kriegerischen Auseinandersetzungen teil und bekam für die damit erworbenen Verdienste 1436 Dekasekunden Schloss Schleb mit der dazugehörigen Herrschaft. Er nahm seinen Wohnsitz in Schleb, wo er um 1450 ohne Nachkommen starb. 1447 erwarben schlesische Fürsten die Burgen Wiesenburg, Adersbach, Schatzla, Burg Bischofsstein und Belwar sowie die zugehörigen Ländereien. Da diese Burgen an der Grenze zu ihrem Herrschaftsbereich eine Gefahr darstellten und teilweise Raubritternester geworden waren, wurden sie, mit Ausnahme der Burg Schatzla, von den Schlesiern zerstört und niedergebrannt. Vermutlich ab der Mitte des 15. Jahrhunderts gelangte die Herrschaft Wiesenburg an den späteren böhmischen König Georg von Podiprat, von dem sie 1472 sein Sohn Herzog Heinrich D. E. erbte. Er verpfändete die Wiesenbürgergüter 1482 dem Glatzer Landeshauptmann Hans von Warnsdorf, forderte sie jedoch drei Jahre später wieder zurück. Da sowohl Hans von Warnsdorf als auch sein Schwiegersinn, der König Kritzer Landeshauptmann Friedrich von Schumburg eine Herausgabe der Güter verweigerten, kam es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen, die schließlich zugunsten Heinrich D. E. entschieden wurden. Er verkaufte die Wiesenbürgergüter aus näher nicht bekannten Gründen kurze Zeit später an seinen Hofmarschall Z. Beineck von Burghoff, dem er in den Jahren 1484 bis 1488 auch die Herrschaft nach Rot verpfändete. Danach gehörten die Güter vermutlich dem Peter von Dubauf-Artersbach, der sie zwischen 1516 und 1519 dem Jan Spätl von Janowais verkaufte. Er verband die Herrschaft Wiesenburg dauerhaft mit seiner Herrschaft Neichroth. Baubeschreibung Der Innenhof der Weißenburg soll eine Fläche von 30 bis 40 Quadratmetern eingenommen haben. In Bergfried Umgaben Wohngebäude, ein großer Saal, eine Kapelle, eine Küche und eine Schmiede, die erhaltenen Ruinenreste können besichtigt werden.